Hausbesuche im 14. Bezirk, worüber reden die Leute? Eines der ganz großen Themen, kein Wunder, es wird wieder Sommer, alle reden über den Klimawandel. Es ist momentan allen bewusst geworden, die Hitze in Wien hat Auswirkungen für jeden Einzelnen, das gespürt jeder, und da muss man handeln. Und wer kann da was tun? Jetzt war gerade die Europawahl, natürlich ist es wichtig auf europäischer Ebene, da reden auch alle gescheit mit, aber es muss natürlich auch jeder Staat, es muss Österreich was tun, es muss Wien was tun, aber es muss auch der Bezirk was tun. Es reicht ja nicht zum Reden, sondern man macht was. Was macht es hier im Bezirk? Wir setzen uns ordentlich ein, natürlich für die kleinen Maßnahmen, aber auch Kleinvieh macht Mist, wie hier Begrünung der Goldschlagstraße, Bäume, Fassadenbegrünung, Wasser, damit wir den Klima, die Hitzesommer nicht nur nächstes Jahr, in fünf Jahren, sondern auch in 30 Jahren noch aushalten werden und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Global denken, lokal handeln, sonst wird es nicht. So machen wir es. Super. 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 Super.